Steht das nächste Traumpaar vor dem Ehe aus? Joe Jonas und Sophie Turner sind eigentlich ein gefeiertes Pärchen. 2019 heiraten der Musiker und die Schauspielerin. Ein Jahr später werden sie Eltern einer Tochter. Erst im Juli 2022 kommt ihr zweites Kind zur Welt. Doch nun machen wilde Scheidungsgerüchte die Runde. Der Jonas Brothers Star soll sogar schon Anwälte hinzuziehen. Angeblich haben die beiden bereits seit einigen Monaten ernsthafte Probleme. Das behauptet ein Insider. Weder Joe noch Sophie äußern sich bisher zu dem angeblichen Ende ihrer Liebe. Bei einem Konzert trägt der Sänger zuletzt aber noch seinen Ehering, wie Fotos im Netz zeigen. Die Game of Thrones Darstellerin unterstützt ihren Gatten zudem wie gewohnt im Publikum bei seinen Shows. Ob Sophie damit ein Zeichen setzen will, dass sie weiterhin an ihrer Ehe festhält?